Okay, du wolltest was bewegen, aber der Typ in den Akten ist nur ein spießiger, engstuhniger Wichtigtuer, der anderer Leute Privatkram verpetzt. Na ja, also vielleicht habe ich damals den Leuten keine Privatsphäre zugebilligt, weil ich selbst auch keine beansprucht habe. So. Was ist dir besonders peinlich? Besseres Maß. Nicht, dass du IM wurdest? Nö. Also, nö. Ne, wieso? Das war doch folgerichtig. Sag mal, Gunny, willst du dich nicht endlich mal entschuldigen? Was denn? Entschuldigen? Ja, es gehört sich einfach so. Ach, na. Bei wem möchtest du dich entschuldigen? Ich kann mich doch nicht selbst entschuldigen, ich kann doch höchstens auf Verzeihung hoffen. Okay, was bereust du am meisten? Den Verrat an mir selber, ich bin sehr enttäuscht von mir. Weitere nichts? Das reicht nicht, Gunny. Wenn ich das so rausbringe, kriegst du wieder Ärger. Das war's. Peace, good morning. Das war's. 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 Das war's.